So, jetzt war der Dragon für uns und ich gehe jetzt auf das schwarze Beile und habe jetzt eine Abkünfte von 25 Sekunden mit den Schuhen, das ist schon mal ganz cool, 25% meine ich nicht Sekunden, wobei bei den 100% sind ja was Sekunden. Jetzt tue ich den Red, äh den Blue. Victor, Blue, Fragezeichen. Hm, zwei weg, okay, dann hole ich ihn selber. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war, das war doch jetzt mal mega assi. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ein Gegner wurde getötet. Das war jetzt uncool, da hab ich jetzt echt nicht drauf geachtet. Ein Verbündeter wurde getötet. Das holen wir uns jetzt mit Pantheon. Dann würde ich sogar sagen, gehe ich jetzt auf dieses Hybrid-Item. Auf das Hextash. Nein, ich möchte nicht aufgeben. Ja, abgelehnt, okay. Oh, jetzt war gehen wir erstmal auf den Sion. Komm, 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 komm. Nein, da bin ich nicht rechtzeitig. Der war sinnlos. Hier ist nichts, ok. Ok. Und... Da stirbt drauf, alles klar. Oh, was ist das? Ich kann hier noch nicht wirklich ausrichten, wenn wir die gehen weg. Gut rausch. Ok, sehr schön. Wir haben einen verloren, aber das haben wir auch nicht gemacht. Also, wo wir gegen one sind, ist das nicht gut. Naja, ok, jetzt haben wir auch noch verloren. Auf der Stelle! Ich kenne meinen Weg. Bist du noch hier? Hier ist irgendwo. Da ist er. Freude, Leute, 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 was ist das? Warum ist hier keiner? Nice. War noch so. Oh, was sie hat mich nicht? Ich dachte, Morana kommt gleich mit. Jetzt hat es mir noch schnell ein Shoot gegeben. Das werde ich mal aussunzen. So. Und weg. Ok, hier kommt Atrox. Moment, ich kann noch nicht wegnehmen. Okay, Morana kann ich jetzt nicht mehr helfen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ok. Ok. Oh, Morana hat sich überlebt. Ach du meine Geheim. Soll wir das schaffen? Er hat keine Ulti. Er hat Passive. Da sind noch zwei andere. Und drauf, 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 drauf. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ja! Geil! Da habe ich ihn doch noch gekriegt. Ein Gegner wurde getötet. Cool gewesen, dass ich den noch bekommen habe. So, ok. Bilgewasser Endermesser haben wir jetzt. Das ist ein Kampf auf jeden Fall wichtig. Und kriegt er den noch wieder hin? Ja, voll. Hier sind wir gar noch mehr, der ist der Entwicklung. Also hier wie, hier kann man kommen zurück. Wir haben uns zwei Tower gepusht, wir müssen uns echt ein bisschen anstrengen. Vorwärts. Wann der und kommt? Euer Team hat einen Turm zerstört. Wir haben einen Gegner getötet. Lass uns vorrücken. Jetzt habe ich eine Mieze gekillt. Ja! 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 Da kommt er ja wieder. Hier ist kein Wuland. Du kommst los! Hier ist kein Wuland, hier ist ein Wuland los. Nicht alles killen, nicht alles killen. Lass die letzten darstellen. Nicht alles killen, nicht alles killen. Lass die letzten da stehen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Eine Frage der Ehre! Ein Verbündeter wurde getötet. Ja! Da, kommt er wieder. Oh komm, oh oh, Israel komm! Ah, das ist geil! Mist! Hat der Morgana gekeilt? Er hat Morgana gekeilt, alles klar. Das war nice! Oh, der hat ein bisschen Red Buff. Okay. Wir gehen natürlich nicht auf, das ist jetzt Play. Er möchte natürlich nicht aufgeben, da spiel ich bis zum anderen Enter. Es sieht man ein ganz cooles für Pantheon. Ich bin gerade zwar gerade ziemlich dumm aus und da bin ich sinnlos reingegangen. Im Jungle komme ich mittlerweile auch nicht mehr wirklich wichtig. Ich versuch's. Ich muss gerade zwei Lanes verteidigen. Das ist so eine Sache. So, lassen wir mal die Ulti zum Jungle ein bisschen. Sie entheeren die Kunst des Krieges. So. Rüber weg. Ein verdünneter Geist. Ja, die gehen aber auch mega squishy in Team-Fact-Nampel-Fans. Es ist einfach so sinnlos, dass wir in Team-Fact reingehen, wenn wir eh schon in der Rückzahl sind. Was kämpfen angeht. Was kämpfen angeht. Und dann rennen wir noch einen Team-Fact. Warte nicht bis ich da bin. Ich bin nicht mit. Ich möchte mich nicht mehr machen. Das ist irgendwie ein Spiel, sondern das ist einfach 50. Wichtig einfaches F-Win-Fans. Klar. Ja. Das ist für alle. Wo ich nachher lässt. Ja. Das kann ich sein. Ich bin nicht ab. Doch. Ach. Ah. Sindus Jump gerastet. Tower fällt. Es war gar nichts machen. Da kommt Mordekaiser wieder. Mordekaiser? Hallo. Mordekaiser geht rein. Okay. Da kommt der Mordekaiser. Geht da bitte nicht rein. Mordekaiser geht da nicht rein. Das sind die Midlane zu pushen. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass die Midlane von den Leuten blockiert wird. Lass uns vorrücken. Das heißt, ich werde mal hochgehen. Die Idee genau. Da gehe ich mich auch hin. Was ist denn jetzt? Ulti, 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 ulti... Mit Stiles! Ah, da sitzt ich noch nicht ein. Hallo, Rafffuß, Rafffuß, Rafffuß! Fack, 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 fack Sie werden Krieg kennenlernen Ich hätte ihn nicht mehr verteidigen können Doch, kann ich Eine Frage der Ehre Schade Das hätte das nicht sein müssen Ein Gegner verfällt in Blutrauschen ich habe sie gesehen habe ich nicht schnell gekocht mehr okay wir haben das wir haben dass wir brauchen als nächstes als hybrid item mit spiel auf jeden fall gerade mit dem spiel sind ziemlich gut ich denke wir werden nicht mehr so weit kommt dass wir irgendwie noch was reisen können so wenn ich gesehen könnte ich hier den locker tower und killen aber macht sie nicht da rennt er weg das ist ziemlich dumm und war noch so geschafft jetzt würde ich angreifen auf der stelle da kommt schon kommt und sehr schön okay jetzt leider fahren provozier mich nicht da ist einmal so frei so jetzt noch ein bisschen fahren wir müssen aufpassen dass wir jetzt die lans pushen und dass die lans nicht zu uns kommen dass wir nicht in die drängen das kommt dass alle drei lans auf einmal auf uns losgehen jetzt das ist das riesen was ich das ich ich da kommt ich 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 habe ich nicht das heißt ich habe es bekommen habe ich nicht Also ist hier wohl gar nicht mord. Das ist ein Bluber. Okay, go, 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 go. Ich habe ihn wieder bekommen. Ja, das war jetzt nicht so dolle. Da hat es auch noch den U-Loll-Vorfsch erwischt. Jetzt muss man sich auf den Tor aufpassen. Leute, was macht der Leder aus? Torch, Tower down, Nexus geht down. Können Sie sich verteidigen. Der Freinand geht auch da. Die Tower-Dive ist okay und da. Ne? Doch, doch. Ja, das wird aber nicht normal gar nicht. Wir machen was sie möchte. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Jetzt haben sie alle drei in Libido. Genau das wollte ich nicht, dass sie alle drei in Libido kriegen. Jetzt haben sie es gemacht. Das ist nicht so super. Ich will mich verteidigen ohne Ende. Komm hier, die Gegner hat. Komm hier, die Gegner hat. Okay, jetzt steht 18,5 für mich. Jetzt steht 30,50 für das Team. Wir haben zwei Tower noch gepusht. Ich kenne meinen Weg. Aber wir haben halt, wie ihr seht, nichts mehr. Wir haben nur noch die beiden Nexus Tower. Das heißt, nur noch, die stehen zwar noch. Aber es wird sehr schwer sein, die zu verteidigen. Aber es wird sehr schwer sein. Eine Frage der Ehre. Ich werde nach dem Item und dann auch Tanki gehen. Das wird man dann reichen. Ich werde diese drei, äh, Items nehmen zum Angriff. Und dann werde ich Tank-Items nutzen. Das wird wohl doch nichts mehr mit dem... Das wird, glaub ich, mal eine Zeit für eine World Team. So. So. Ich darf nur mit dir kommen. Da kommt wieder das erste Vieh. Da kommt noch zwei auf einmal. Das wird jetzt sehr böse für mich ausgehen. Es sind, glaub ich... Boah, es sind noch zwei. Oh mein Gott, ich muss weg. Schau ich nicht. Schau ich nicht. Schau ich nicht. Hier einen hab ich noch gekriegt. Wurde ich aber weggehen. Ich glaub, die machen entweder Dragon oder Baron ein von beiden. Machen sie. Dann würden sie ganz gleich... ...ohne nicht abgehen. Hau auf jeden Fall an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt loser ich von... Oh mein Gott. ...und er fügt die ulti. Und er fügt die ulti. Und er fügt die ulti. Komm schon. Ja, wohl. Nice. Tower verteidigen. Tower verteidigen. Tower verteidigen. Tower verteidigen. Oh mein Gott. Der Tower, Leute. Der Tower. Der Tower. Der Tower. Das war's. Der ist down. Ich hab' vergessen. Der ist auch down. Das ist wirklich drin. BAM. Jetzt müssen sie den Neckungsverteidigen. Oh mein Gott. Jetzt. Das ist jetzt echt... Ich komm noch nicht rein. Ich komm einfach nicht rein. Ich bin tot. Oh Mist. alguns. Oh. Ich hab' das Hextechnisch genutzt. Das kann nicht sein. Ich hab' das Hextechnisch genutzt. Lass uns vorrücken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Ulti? Weiß man so nutzt die Ulti, die wird eigentlich nicht, aber... Ich will jetzt nicht, dass die ganzen Hiby-Dom wieder zu stark daun gehen. Reicht uns vollkommen aus, dass hier... Die Feinde sind übersetzt, da müssen wir nicht auch noch darauf sorgen, dass die Hiby dann alle daun gehen. Also mir reicht das, wenn ihr das mit einem anderen ist, aber mir reicht das auch, dass die Feinde sind. Ich muss nicht unbedingt noch mit 3.000 Minions sein, wenn ich denke, und dann auch 4.000 Minions. Das habe ich nicht unbedingt nötig. Eren haben sie immer noch nicht gemacht, und ich... Ich hab's doch okay, Bags. Ich hab nichts, glaube ich, oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, das war ein gutes Spiel, das wird nichts mehr. Ich habe... Hä, ich hab mein Hex hier schon gelutzt. Ich geh mal nicht auf wie viel, deswegen ist es auch ehrliches Gewinn. Jetzt sehen wir mal die klassische Doppel-Explosion... Verloren. Ne, ah, das war nicht. Tja, das war ein gutes Game, also es war ein gutes Game ist was anderes. Äh, es war ein okayes Game für Pantheon an der Sache. Ähm, ich werd's auch jetzt so aufnehmen, weil... Ich mach's jetzt wahrscheinlich so, da jetzt das, ähm... ... New Beginnings Play-Up vorbei ist. Oder die nächsten zwei Tagen vorbei geht. Werde ich jeden Tag jetzt wahrscheinlich 30 Minuten folgen, bis sogar ein ganzes Spiel auf einmal raushauen. Da ich ja momentan auf Watch Dogs dann warte. Und da werde ich ja ein paar mehr Games brauchen. Ich lasse es jetzt so, weil es war ja mit Pantheon ein gutes Game. Ihr könnt mir wie immer Tipps schreiben, was ich besser machen soll. Allgemein fürs Juggling und so, hab ich das Gefühl, dass ich momentan so auf dem Level stehen bleibe und nicht mehr weiterkomme. Was das Gaming angeht. Ich schau mir viele Videos und sowas an, aber es hilft halt doch nicht. Ihr könnt mir gerne, ähm... In-Game Tipps und sowas geben, was ihr besser machen wollt, mit mir trainieren. Ich bin eigentlich rund um die Uhr online. Das heißt doch nicht, dass ich dann auch zocke, aber ich bin eigentlich sehr oft online am Tag. Ja. Ansonsten gibt es noch eine ganze Menge anderer Gems, die ich euch zeigen möchte. Wer ne welches Leben hat, wie gesagt. Es waren ja schon ein paar Mal Wünsche, und ich hab das auch sofort erfüllt, wie es ging. Ja. Das war ansonsten das Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Champ. Oder vielleicht mit einem, den wir schon kennen. Wer weiß. Ciao!